Der Hummer-Titan hat das Auge der Alten. Du musst auch so groß werden, wenn du es hinwegnehmen willst. Wow, da darfst du nicht mal groß rauskommen. Pass auf, da kommen sie. Wow, das ist ein Reklasser. Wer ist mit ein bisschen Hilfe, Skylander? Ach so, wir sind ein Reklasser. Kein Skylander. Hui, das war knapp. Wow, das sind ein paar wirklich fies im Zubo-Böse-Wichte. Das kannst du laut sagen, Flynn. Die Kerle sind riesig. Hoffentlich kann es der kolossale Kern richten. Da kommt Whiskas mit dem Kern. Aber mach dir darüber keine Sorgen. Der kolossale Kern bringt dich zu ihm. Damit du gegen sie kämpfen kannst. Dann geht's Titan direkt. Was auf die Mütze. Wir fliegen voraus und halten die Augen offen, Skylander. Na, richtig. Oh, jetzt gibt's aber Ardor. Okay, Skylander. Der episch große Roma-Titan hat das Auge der Alpen. Es wird aber nicht leicht, in ihn heranzukommen. Ja, dieser furchtbare Flusskrebs hat sichtlich sichere Sicherheit durch superstaatliche Seescharken. Und jetzt sagt er's dreimal schnell hintereinander. Vorbei. Es wird aber nicht leicht, in ihm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Brennstoffe 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018